Hätte ich doch noch warten sollen, weil ich dachte, die gehen da lang, da ist alles in Ordnung. Nee, leider nicht. Hm, die Sachen jetzt... So. Da. So. Gott. Oh, nee. Über dem Eingang ist eine Kamera. War direkt drüber. Halleluja. Peter scheint wieder am gleichen Nord zu sein. Du kannst mir jetzt da vorne nicht aufräumen. Jedenfalls nicht so gut. Hier sind nämlich zwei Guards bei mir, zwei Waffen. Mhm. Die laufen beide sehr beschissen. Wobei der ein, der da geht jetzt rein und den da könnte ich mir schnappen. Woher du gehst. Jetzt So, den habe ich mal ganz weit hier hinten versteckt. Ja, ich weiß. Ich habe ihn markiert. Der muss da verschwinden. Okay, das tut er auch. Einer kommt da von meiner Seite. Ach nee, wieso? So, den habe ich. Nee, der ist mir zu riskant. Der ist jetzt den Hauptraum gelaufen und da hin zu schiessen wäre zu töricht. Ja, solange da noch so viele Wachen leben. Nur, wenn ich die ersten zwei Schüsse wieder schön links und rechts nach hinten gesetzt habe. Also noch im Vorderraum war. Hätte ich mich so gut holen können und ich versau es weiter. Alles gut. Oh, da ist eine Kamera drin. So, da kommt einer gerade raus. Ja, den würde ich nicht holen. Da ist die Kamera über dem Eingang. Oh, oh, oh. Die Chance lasse ich mir nicht hingehen. So, jetzt muss ich mir da den letzten Leichensack rausholen. Dann auch direkt noch einen neuen Koffer legen. Wo sind die jetzt hin? Ah, da kommt einer. Da geht doch nicht rein, wenn ich dich schon umbringen will. Ah, er kommt raus. Oder? Ja, er kommt raus. Hast du ein paar Säcke? Nein, ich habe noch zwei. Wä? Alter, er hat mich da gerade erschreckt. Ah, da kommt die nächste. Ach, sei. Würde ich noch ein bisschen weiter nach rechts haben. Danke. Ihr könnt es mir hier runter schmeissen. Mhm. So, hier, komm. Bitte sehr. Jo. So, was sieht es jetzt drin aus? Ich weiß mal, wir können uns langsam ins Gebäude wagen. Ja, da oben ist noch einer. Da steht aber nur dumm rum. Das ist eine blöte Kamera. Ne, ne, das ist so ein Forster, glaube ich. Okay, da habe ich etwas Deuterium. Müssen wir suchen. Ich bin mir, ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. doch immer deuterium jetzt genau war müssen wir gleich gucken deuterium war auf der linken seite im wohnzimmer auf dem tisch klein tisch und 98 sekunden chaos ich stelle mich mal hierhin und guck mal ganz flugs in das video was er gesagt hat das war 18 noch was moment deuterium also kleine flasche blau anscheinend das wird dann unten am ort angezeigt was genau ist es wird auch noch reingemissiert im video meinte deuterium gleich blau ich versuche den mal ganz mir ein koffer platzieren sehr gut ok ich hatte nur noch ein mit den letzten raus mh mh All right. Okay, the lab door is unlocked. Open it. Okay, Ethereum blau. Stimmt. So, wo haben wir jetzt ein paar Zeige? Weiss es nicht. Hydrogen H. Da hat er auch was gesagt gehabt. Wo soll das Tab? Okay, 5703 PSI. Das heisst, das müsste jetzt kleiner als 400 bars sein. Moment. Was sagt das du? 5703 PSI. Größer als 5703. Okay. Okay, da sagt er... Moment, was hat er genau gesagt? Anzeige bei der Machine über 400. So, ich muss den schneller schießen. Moment. 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 Wir schreiben hab den Schации. Done. Moment. Das genannt ist in Hier haben wir zwar ein H, aber da ist kein Unendlich und auch keine Eins oder Zwei Wir brauchen das Clipboard Ich suche gerade danach Ich habe nur vorhin den Wachmann erschossen, damit der mal für eine kurze Zeit nicht mehr kommt Was war das denn jetzt gerade für ein Geräusch? Okay Ich habe gerade so ein So ein So ein Ich hoffe, ich sehe gerade kein Clipboard Blöde Kamera Das ist wahrscheinlich unten im Labor Da bin ich jetzt gerade wieder raus Oder im unteren Stockweg Ich schau jetzt mal das unteren Stockweg nochmal genauer an Wo ist das verdammte Clipboard Und 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 Das ist Oh. Da. Hast du das Klettwort gefunden? Nope. Alter, weiß denn das Teil. Ich guck auch gerade mal hier draußen. Aber hier sehe ich nichts. Oh. Ich bin in den Pool gefallen. Wie lange wir noch Zeit haben bevor der nächste Wachmann auftaucht. Das Klettwort finden wir leider nicht und ob es genau das jetzt ist, weiss man leider nicht. Blue Can. Was haben wir noch gesagt? Blue Can. 5703 PSI. Die. Ich höre den Spinner irgendwo. Ich fange ihn ab. Ich warte jetzt mal beim Wachraum. Hm. Ähm. Ich benutze mal Google. Okay, er ist im Haus. Und er ist tot. Okay. Ich habe den richtigen Enven. Der Terium bin. ok ich weiß es jetzt ja alles klar gut ich war schon auf den richtigen fahrt da bist du okay darum bist du hier unten ist ja so ein whiteboard und sieht man ein haar ja wenn da entweder nichts oder ein unendlich zeichen ist also diese liegende acht dann bedeutet das eins ein anschluss unter dieser nummer genau hier drüben der hier drüben zweimal das der einzige mit blau und über 400 und einem ja 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 bitte kamera so und sobald der hubschrauber landet geht hier die luci ab ihr seht übrigens sehr interessant aus wisst ihr das wir stehen in einander also die frau steht auf altes leder so wir werden uns dann auch hier so gut es geht verstecken und die beiden bei uns haben dann müssen wir noch eine bestimmte zeit überleben der hubschrauber braucht nicht allzu lange bis er hier ist und sobald er das abgeliefert hat und es richtig war können wir uns in das flugzeug da begeben da würde die flugzeug schlüssel bereits haben da müssen wir nicht auf ihn noch mal extra warten dass er uns abholt genau melde dich das dauert ungefähr eine minute wenn man das ding angeklickt hat ok es dauert zwei minuten alles klar gut meinetwegen vielleicht je nach schwierigkeitsgrad immer wie mehr ich weiss es nicht so genau hm das kann sobald der hubschrauber da ist dann ist der schleich mission vorbei genau heisst dann ist ballerei ob es euch nun passt oder nicht er sagte ich ja dann heisst es überleben sobald müsste er kommen ich höre ihn schon ja ich höre ihn da ist er da oben und da ich will nur mal dass wir uns mit der information wirklich nicht vertan haben ja aber das bezweifelig aber das heisst nicht dass du gerade schreien musst mein laser sieht man voll wie ich am zittern bin heilige kacke oh kein bulldozer ich frage die bulldozer Ja 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 Oh Bulldozer 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 Eliminated Shhhh Was? War nicht der richtige? Ja Oh fuck da war ich mir sicher dass das der richtige war war schon nach unten viel rund gewesen strom ist weg jetzt kann ich das kaum noch erkennen wie macht man den strom hier denn wieder an ich wusste wie er nur zwei anschlüsse der ja zwei das über ja doch nur zwei aber halt ich sehe einfach nicht die farbe ja mit dem roten lichter kenne ich die farbe auch nicht danke er ist blau zwei es geht hatte drei anschlüsse ich hoffe ich nehme jetzt den hier mit fertig schnapp dir auch mal einen wenn du so wenn das geht einen blauen moment der ist nicht blauer hier haben wir noch einen blauen der hat über 400 ok dann kann man das licht anmachen so so ich habe meinen reinschmeissen weil ich gerade in der näher bin ich bin zwar auch gerne macht mit deinem zuerst ich glaube deinem zuerst versteht Aua merken wir nicht dass der nicht richtig war ich habe doch nachgesehen wir hatten date h0 das andere da was sie gesagt hat das mit dem zahlen über 5700 hat hey clover come with me right hey jero follow Ah, du bist doch noch da, okay. Na gut, wir tauchen jetzt nicht so viele Pops auf, als dass es gefährlich werden sollte. Ich geh schon hin, verbrände deine Munition nicht. Ja, es ist es, Maschine 12 war es. Okay, ich frage mich nur, wobei wir uns da geguckt haben. Wir können es nicht erklären, Hauptsache Mission gelöst und Punkt. Na egal. Ich hoffe, es ist die nächste Mission, die ist nicht so beschissen wie die. Wir sehen es dann im nächsten Part, was es genau ist. Das war euer K-Sonnegex980 und... Keanu, hi. Ich glaube, das wird langsam so ein Running Gag. Auf jeden Fall mit Payday 2. Schautet auch im nächsten Part wieder. Bis dann. Und... Bye. Ciao. 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 Ciao.